willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge der clash of clans mit mir dem torsten und ja ich muss das dunkle farm erst mal tief luft holen und sacken lassen ja der chefkoch jeder muss auch irgendwie wo seine helden leveln und es ist eher so ein charakter mit dem ich doch sehr sehr wenig mache ihr seht noch keine liga ich habe weder angegriffen noch die fans aber ich glaube in der defense kriegt man keine liga und die letzten sachen die ich gemacht habe waren clanspiele so ein bisschen irgendwo ein paar helden machen und so aber wo und wie kann man eigentlich im rathaus neuen bereich oder wo mache ich es also wie man es machen kann das wissen sicherlich selber aber wo macht der torsten das vielleicht kann man das nachahmen oder vielleicht kann man so ähnlich machen oder macht es sogar so ähnlich wo kann man überall das dunkle farm ja ich kann euch ein paar wege aufzeigen paar witzige wege natürlich auch aufzeigen wie man an das dunkle zeug kommt also ans dunkle elixir ja man kann natürlich hier in shop gehen und kann hier auf die münzen klicken ganz am ende gibt es vielen lager also ich habe es heute mal auf deutsch gestellt lager um zehn prozent um fünfzig prozent und volles lager machen das kann man natürlich machen das ist die schnellste art und weise würde ich sagen allerdings ist es noch sehr sehr kostenspielig oder kostenaufwendig was gems angeht das macht natürlich nicht jeder also das ist jetzt auch die möglichkeit die ich habe so früher mal genutzt da war ich aber noch nicht so richtig der clasher ich glaube so im rathaus 8 bereich da habe ich schon mal so ein bisschen was aufgefüllt hier für meinen könig und für mein golem ist aber schon paar tage her das war leutmann aller erstes rathaus 8 und da wusste ich noch nicht mal wie man clash of clans schreibt was kann man noch machen man kann natürlich hier ab und zu mal beim windigen händler vorbeigucken und kann die rune des dunklen elixiers hier auch für 3000 kaufen ist natürlich schon wort zum sonntag ist das ist der teuerste artikel den es hier gibt und ab und zu hat man ja aber ich weiß nicht wer da wirklich drauf klickt und wer sich sagt ach komm scheiß auf die juwelen ich hole mir das zeug hier ist natürlich auch ja ist auch sehr kostenaufwendig also 3000 gems das sind dann auch mal eben wenn wir mal hier nachgucken schon mal mehr als 21 euro 99 ok macht dann auch nicht jeder ja die einfachste art ist natürlich das ganze zeug rein zu fahren ein bisschen geht natürlich auch über den über den pass rein ihr seht das hier ich kann mir 17 halb abholen aber ich glaube die anderen habe ich mir schon abgeholt an ihr habe ich mir auch noch nicht abgeholt habe ich mir auch noch nicht abgeholt die kann man sich natürlich auch hier abholen aber im moment sind es auch nur wie ich das so sehe für mich 12 1,5 und 17 1,5 waren sie hinten mal gerade so und danach gibt es auch nichts mehr danach gibt es noch ein heldenbuch allerdings habe ich noch ein heldenbuch ich habe also noch ein heldenbuch und ich habe auch noch einen hammer ihr seht das und kann mir schon gleich den nächsten hammer holen allerdings wird mir jetzt erstmal ein hammer reichen bzw erstmal ein hammer ausgeben reichen denn hier kann ich mir jetzt ja ihr seht ich kann mir wieder einen holen sieben tage abklingt zeit allerdings habe ich das reicht in jedem fall um meine queen hier so ein bisschen weiter zu leveln und ja das ganze zeug rein zu fahren das kann man jetzt nach verschiedenen arten und weisen machen ich meine das wisst ihr selber allerdings nicht nicht jedem liegen zum beispiel kobolde nicht jedem liegen kobolde einige mögen die gar nicht leveln die dann auch gar nicht und allerdings sind sie natürlich die billigste art und weise wenn man vielleicht nicht ganz so viel von den anderen ressourcen hat also vom elix dass man dann ewig die teuren truppen baute und man möchte vielleicht auch nicht so lange warten dann ist natürlich diese truppe die ich jetzt gerade am start habe erste wahl denn bauzeit nicht wirklich lange und man kommt so ans wesentliche ran wir denken jetzt mal nicht an die pokale ihr seht das hier das ist jetzt ja ich meine hier gibt es jetzt zwei bohrer und es gibt hier ein paar goblins es gibt ein paar bohrer und es gibt ein paar goblins die machen wie die bohrer auch leer und ein riesen das hat schon mal gereicht für die bohrer hier und das reicht unter umständen auch für den für den bohrer da jetzt müssen jetzt haben wir allerdings ein ganz ganz kleines problem denn wir müssen erst die lager weg machen die gehen natürlich erst mal jetzt auf die lager drauf und gehen dann erst drauf da müssen wir noch einen riesen nachsetzen denke ich mal dass wir da auch rankommen angekommen da kommen schon die ersten ran aber der minenwerfer schießt dort und dann haben wir schon mal den rest ich hätte fast gesagt an nicht nicht ganz den rest also es war jetzt wirklich low coast da ich diese armee ganz gerne ausgebe hier und ich heute noch gewinnen muss würde ich sagen wir nehmen den rest der armee das mache ich auch manchmal denn ich kann die armee jetzt gleich nicht nicht zu der armee gebrauchen die ich jetzt gleich am start habe ist manchmal so also hier erst mal die mauerbrecher mit rein und dann gehen die da rein und wir springen hier mal zum rathaus hin jetzt muss ich hier außen auch wieder erst klären mit den kobolden und auch hier so ein bisschen klären mit den kobis und danach gehen die sicherlich richtung mitte ja die gehen jetzt richtung mitte weil auch das rathaus ja eine ressource ist und kriegen wir schon können wir uns hier unsere helden sparen ach schade kriegen wir noch nicht ganz dann müssen es jedoch die helden richten stelle ich gerade fest und für die haben wir jetzt natürlich ausnahmslos super gefangelt hier gar keine frage und dann kriegen wir auch hier das rathaus damit haben wir den auf null gefahren dann waren das mal eben knapp 3000 bonus gibt es hier beim ersten kampf noch nicht also ich habe auch ich habe auch gleich ein spiel abgeschlossen okay das nehmen wir mal mit und so ein paar punkte hier machen kann man ja immer mal machen ich bin jetzt schon über 1000 das reicht für mich hier und wollte eigentlich dann jetzt ganz gerne mit dem hier nicht das machen ich wollte boosten ich wollte ein stündchen boosten hier und 120.000 ja ein bisschen fehlt bisschen fehlt natürlich jetzt noch das kann man auch ganz schnell ermitteln indem man hier einfach drauf klickt man muss das jetzt nicht klicken man muss doch errechnen ich habe jetzt schub drin da weiß ich nicht ob der schub dann weg geht oder nicht weg geht also die möglichkeit haben wir natürlich aber ihr seht ich habe jetzt eine ganz andere armee da hätten jetzt gar nicht so die kobolde reingepasst und ich habe auch bola am start die lasse ich doch erst mal drin ich habe in der schnellausbildung so ein bisschen was dann kann man auch schnell was machen aber auch eine meines standard armeen ist eigentlich viele viele riesen würde sagen so 15 stück nehmen aber mit 15 stück 1234 von denen ein paar magier das werden bei mir immer weniger magier das liegt dann auch daran dass meine helden schon recht recht stark sind die zauber können wir nachnehmen und können aber teilen ja wenn immer noch ruhig ein heil das was wir hier zu haben das ist jetzt so ein bisschen so standard machen wir gleich ein queen charge und so weiter aber so holen wir uns das ganze rein wir brauchen 134 131 131.000 als 11.000 das ist jetzt nicht mehr viel aber jetzt habe ich auch alle register gezogen und jetzt habe ich auch eine liga ich bin jetzt auch nicht ganz hoch in der liga auch da ist immer mal gern die frage torsten welche liga ist am besten zum fahren es kommt immer ganz drauf an die höheren liegen finde ich eigentlich sind besser zum dunklen fahren da man da meistens eine recht starke armee am start hat und sowieso tief in die base reinkommt so tief wie bei mir bei mir muss man auch bis in die mitte reinkommen um das dunkle natürlich hier an zu bekommen da sollte man natürlich auch darauf achten dass man sein dunkles ein bisschen schützig meine meine bohrer stehen hier eher ungeschützt aber ich hole sie auch immer regelmäßig ab also es ist es ist selten dass meine bohrer hier 1800 voll haben manchmal kommt es mir mit dem ein oder anderen charakter oder account schon vor aber ist doch doch eher selten und wir lassen eben mal kein rennen dass wir hier kurz weitermachen können also kurzer schnipp schnapp und dann machen wir glaube ich die 11.000 machen wir mal mal sehen ob wir die in so einer folge fertig bekommen okay ich habe die suche mal so ein bisschen ich will nicht sagen übersprungen aber was willst du eigentlich mitnehmen und ihr wisst selber dass man manchmal da ich habe hier eben mehrere millionen weggeklickt an golden elixir allerdings brauche ich da nicht mehr und so eine base die nehme ich auch mit zumindest mit dem rathaus 9 hier für 4931 da müssen wir auch bis zum rathaus kommen ich gucke mal wie wir dahin kommen könnten mal sehen ich nehme ich nehme ruhig meine klanburg mit auch wenn ich sie eigentlich nicht ich wollte sie eigentlich nicht verbrauchen aber wir machen das durch mal wir nehmen hier ein wenig queen charges müssen wir ein bisschen fahren dass wir hier den beiden bohrern schon mal entgegen kommen denn die sind ziemlich voll und die zählen dann auch schon mal damit rein acht mauerbrecher habe ich aber die gehen nach da die gehen nach da einmal hier so ein bisschen gefahren dass meine queen dann jetzt wenigstens dahin rennt das macht ihr jetzt auch nicht wirklich sehe ich gerade ort doch jetzt macht es okay jetzt macht ihr das wunderbar danke dir meine liebe und dann geht sie jetzt endlich in die base rein mal sehen wo wir die bowler gleich einsetzen können und unsere restlichen truppen aber ich denke mal es kann jetzt gar nichts mehr nach außen wir können die hier oben ruhig setzen ging mit dazu ein paar was habe ich da ja okay das habe ich da dann nehmen wir die hier so ein bisschen da rein wir müssen ja jetzt zum dunklen zeug kommen okay wir müssen zum dunklen zeug kommen das gar nicht mal so einfach und die queen hier ein bisschen gegiftet ich nehme auch nie immer alle zauber das das ist vielleicht auch mal ein kleines manko von mir dass ich hier nie immer alle zauber nehmen und ich sehe jetzt aber schon wo wieder mein kleines problem ist beim dunklen alter das ist gut verteidigt eine mitte alter falter das geht ja gar nicht okay das war jetzt gerade gut verteidigt eine mitte sehe ich jetzt zumindest oder kommen wir nicht mehr ran oder schade schade okay 1700 zurücklassen ist natürlich bitter allerdings haben wir hier außen noch ein bohrer dann mitnehmen wir doch noch ein ganz kleines stück mit hier und gewonnen haben wir auch schon wieder naja wollen wir wollen wir nicht mehr kann das wäre dann doch ein bisschen doch auf auf etwas höherem niveau aber die könnten sich ja jetzt noch die lücke nehmen das machen sie auch wunderbar da ist noch eine pecker dame dabei da ist noch mein king der tank ganz gut und noch so ein paar kleinere barbaren jaha dankeschön für das lager es kehrt sich also doch noch zurück beziehungsweise er kehrte dann doch noch mal um das sind sogar zwei pecker damen donnerwetter okay aber jetzt mit dem entferne und mit dem x-bogen und keinem verfügbaren heiler könnt ihr aber mal sehen wie schwach so eine base eigentlich ist das ist jetzt ein rathaus neuen base würde ich mal so sagen mit kleinem inferno und der rest hier ist war gar nicht mal so schlecht so schlecht war die base gar nicht da darf man sich auch nicht täuschen lassen aber 4600 dunkles das schmeckt mir ganz gut 600 noch mal hier rein wunderbar ich habe ich noch gar nicht hier habe ich gar nicht reingeguckt okay da sind noch mal 1500 hin also auf den weg zu unseren max helden nehmen wir die noch mal ich weiß nicht mehr wir nehmen mal die schnellere armee wir nehmen ruhig die schnellere armee hier und dann haben wir noch eher das ist jetzt auch mal die frage nehmen wir den kurzen helden rekt mich oder wieso habe ich jetzt noch wieso ach so jetzt habe ich naja super jetzt habe ich ein ein bowler gerade nachbekommen dass ja ich bin halt in seinem aktiven clan hier im moment war hyperaktiv 42 von 40 also bei den spätze 2 wo ich hier mit dem account bin da sind halt nie so viel da und dann nehme ich auch mal keine klanburg mit ich weiß nicht wie ihr das dann macht wartet ihr immer auf klanburg oder nimmt ihr jetzt zum beispiel habe ich ein bisschen heldenreck lasst ihr die helden recken ich meine im boost denke ich mal ist es ist es ruhig machbar dass das man die mit durchrecken lassen kann aber wenn man jetzt kein boost hat und eh nur mit kobold riesen farmt dann lasse ich die helden auch weg und fahren einfach so wie es kommt und wie meine armeen gerade da steht aber so wie sie jetzt sind im boost nehme ich die ganz gerne mit dann muss ich das ganze auch nicht hatten jetzt für euch und das sieht eigentlich ganz gut aus 125 viel ist es ja nicht mehr das schaffen wir in jedem fall und zack da sind die beiden fertig kurze suche würde ich sagen gar nicht lange rum schnacken hier und dem boost vor allen dingen sinnvoll nutzen ich habe jetzt gerade überlegt wie machst du das denn am besten ja der hat die bohrer da jetzt so verteilt stehen ich meine das ist eine das ist eine farm base wie du jede dritte base hier triffst aber volle bohrer und hier unten nicht so super viel drin wie können wir das machen wie können wir das machen ich überlege mal gerade immer von oben rein ich glaube wir gehen mal von oben rein das mache ich zwar eigentlich nicht wenn ich jetzt am pokimachen bin und gewinnen will dann gehe ich nicht unbedingt oben rein aber ich glaube mit in so eine abgefarmte base da können wir das ruhig mal machen da können wir das ruhig mal machen für 4000 dunkles und da ist es mir auch egal wie dreckig oder wie schmutzig wir uns das holen hier wir nehmen mal da den sprung und dann kann es hier weitergehen mal sehen dass wir wenigstens zu den beiden bohrern kommen das würde ja schon reichen wir geben auch ruhig alle alle tränke mal wieder aus hier beziehungsweise die ganzen potions da haben wir den bohrer da haben wir den bohrer 1300 sind jetzt noch irgendwo verborgen müssen wir mal gucken wo die sind außen haben wir die da noch mit rein bekommen ratos haben wir bekommen clan burg oder waren die da doch drin habe ich jetzt ein bisschen verkannt hätte ich gar nicht gedacht dass da 82 stück drin noch drin waren und so haben wir hier 64 wir lassen das mal laufen bis zum bonus würde ich sagen 70 prozent reichen mir da ist ein zweimal zeitverschwendung aber ich brauche das andere zeug halt nicht auch nur noch das dunkle jetzt habe ich wieder bola gekriegt dankeschön wunderbar und jetzt fehlt uns auch nur noch 3000 fehlen das nur noch meine armee ist komplett steht fast komplett wieder ja das ist witzig immer 4 1 alles wieder da ein trank hier noch das ist nur noch der das nur noch geht der gift zauber auf den kann ich wirklich erst mal verzichten und kann sofort weitermachen hier wunderbar kann sofort reinhauen also so soll das alter so soll das farm eigentlich sein so kurze analyse 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 ok da ein bohrer da 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 das machen wir das machen wir mal und zwar machen wir das ganze wie folgt was haben wir denn jetzt eigentlich dabei die müssten ich weiß nicht ob die da schon in die mitte gleich laufen die die angestrengten hier aber die müssten jetzt eigentlich zum nächsten gebäude was da frei steht laufen ok das machen sie auch die laufen nach da so ein bisschen haben sie jetzt rausgeholt ist aber ist aber schwer zu holen würde ich sagen ist schwer zu holen und mal 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 sehen mal sehen ob die da immer noch drauf gehen ja die gehen da immer noch drauf allerdings ach das ist das ist auch fasten wieder ein ding der der fast unmöglichkeit sich den bohrer zu holen gegen den da können sie sich wehren fast doch wir haben die bohrer okay wir haben den bohrer halle julia und dann nehmen wir mal den nächsten rest hier das ich nehme ruhig ist jetzt die baula mit aber hier ein paar mauerbrecher die können da ruhig durchgehen ich habe natürlich auch noch einen sprung zauber so ist es nicht und dann nehmen wir schon mal den ersten bohrer hier mit dann kann es auch gleich zum nächsten gehen eben mal das lager weg machen lassen dann können wir hier king und queen setzen und hier brauchen wir gar nicht so viel setzen dann nehmen wir auch wieder unsere kobolde für das rathaus beziehungsweise einmal gucken erst erst mal noch die kleinburg da steckt noch ein bisschen was drin und jetzt hierfür das rathaus allerdings kriegen das rathaus nicht ganz ok das rathaus haben sie nicht ganz doch kriegen sie doch ich sage ich sage leute zwei sterne 70 prozent mit mit kobolden immer wieder eine reise vertikowolde kann man nicht anders sagen und das haben wir gut gemacht hier 51 prozent reicht uns vollkommen 5200 also so geht es eigentlich und ihr seht ich jetzt bin ich bei schon bei den 134.000 ist gegen also wirklich ratzifatzi und wir machen aber noch ein angriff würde ich sagen mit unserer 30er queen ich muss dann nachher noch ein bisschen was für den king sammeln also nehmen wir auch die wieder mit rein hier fehlt uns jetzt nichts doch hier fehlt uns eigentlich ein gift aber wieso kann ich kann ich da ein gift nicht machen jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt warum ich hier ein gift nicht machen kann ach der steckt da ja der steckt da ja alles klar also noch mal kurzer cut und dann machen wir noch einen endangriff mit 30er queen ok unsere armee ist ready aber es ist noch was anderes ready und zwar gibt es hier bei clash of clans auch neue news neue news hat sich auch gut an news sind immer neu nämlich die clash of clans weltmeisterschaft ist schon wieder am start das heißt also die nächste wm kommt bestimmt und hier ist so ein bisschen erklärt wie man sich qualifiziert von wann bis wann sie gehen und die kleinen unterschiede eben in zum zum letzten jahr also die neuerungen das hat aber ein bisschen was mit visa anträge zu tun und so weiter weil die leute natürlich zu den qualifier diesen das sind offline qualifier so nennen die sich natürlich reisen müssen und wenn die aus allen alle herren länder kommen dann braucht man ab und zu auch ein visa sicherungs und faire spielen natürlich die fairplay richtlinien durchlesen anreiseunterkunft etc und falls nötig ein visum aber so passiert kann da kann das nicht beschleunigen also wenn ihr von ganz ganz woanders weiter herkommt dann müsst ihr das vorher beantragen sofern die an der wm diesmal teilnehmt ich bin mal gespannt ob die spätzer auch wieder mit teilnehmen wir haben letztes mal auch mit teilgenommen sind aber glaube ich in erster zweiter runde oder so ausgeschieden müssen wir mal sehen aber wir haben hier jetzt ja ist jetzt immer ein bisschen doof wenn man bus hat und man hat einen hammer beziehungsweise man hat genug elixier um seine queen oder überhaupt melden zu machen geht der schub natürlich weg ist nicht so schlimm wir nehmen das heldenbuch hier und wir nehmen den hammer auf 30 jawohl ich nehme jetzt noch einen hammer leute einen einzigen hammer nämlich noch nämlich um den king später auf 30 zu schlagen der pentern die restlichen runden aber jetzt habe ich auch ein nettes pärchen ich mache das ja so ein bisschen immer in fünfer schritten das heißt also 30er queen 25er könig und jetzt geht es natürlich nur noch daran den könig zu leveln und das machen wir das machen wir das machen wir holen uns noch mehr dunkles und suchen erst mal wieder ein gegner hier der ist natürlich auch wieder viel dunkles für uns hat denn wir wollen ja viel haben naja der hat jetzt auch wieder zwei so absolut verteilte bohrer stehen eigentlich ist das eher eine base für die kobolde hier bohrer außen bohrer außen und der dunkle potty eigentlich ganz gut zu erreichen allerdings habe ich die nicht immer am start und dann muss ich mal einen ja ich nenne es immer so ich muss immer einen tod sterben den aber trotzdem mit der ist ganz gut da holen wir auch noch einen stern raus warum ist mir der eine stern so wichtig werdet ihr gleich erfahren so vier mauerbrecher habe ich nur das ist immer ein bisschen wenig ich glaube da muss ein bisschen mehr einplan aber die gehen hier schon mal ganz gut durch und das lager muss da jetzt noch weg dann gehen auch meine packers nicht krumm und gehen hier schön in die base rein wunderbar da könnte darüber springen mal sehen vielleicht kommen wir doch bis zum anderen ende ich habe jetzt allerdings zwei heil dabei okay das ist auch mal das auch nicht immer ganz optimal zwei heil dabei zu haben oftmals habe ich eigentlich zwei wut dabei und nur ein heil denn ihr seht das ach die springen jetzt alle nach außen da die springen wir alle nach außen und den king hier musste ich hier schon schon zücken das heißt vielleicht ist auch gar nicht schlecht dass sie alle nach außen gehen denn außen steht ja der bohrer außen steht ja der bohrer den wir noch brauchen denn das lager in der mitte haben war und dann heilen wir die hier ruhig noch mal durch die müssen die gehen jetzt sowieso richtung richtung king denn die sind die werden jetzt so ein bisschen von dem helden angezogen dort aber der king müsste jetzt geschichte sein jawohl das geschichte und ich habe hier außen noch den magier am laufen helden sind jetzt beide weg jetzt sind auch noch pecker in der mitte und pecker außen eigentlich optimale kombi so ist das cool zwei sogar sind sind noch vier pecker 44 pecker damen unheimlich stark auch beim farm also muss man sich auch da entscheiden nämlich pecker oder nämlich kobold beide sind echt gute super truppen und außen tanken in jedem fall die pecker damen und mein magier und mein bogenschütze regeln setzt ja auch um den fast auf null zu machen mir fehlt allerdings jetzt noch 138 aus dem rathaus ist aber nicht so schlimm das können wir verschmerzen hier und haben hier noch mal ganz gut was rein gut aber ihr seht es schön offline wer ist hier ganz offline nicht der x buchen hat hat noch muni ok dann war der heute nur noch nicht im spiel der kollege hier sollte er aber machen und bei seinem sammler mal zu lehren um seine mauer vielleicht weiter zu machen ja um die mauer vielleicht weiter zu machen das muss ich nicht mehr machen noch mal 32 dabei gar nicht mal so schlecht und der eine stern war unheimlich wichtig dass mich jedem mal nachbauen leute der eine stern war noch unheimlich wichtig weil ich jetzt endlich auch den pass fertig habe hier endlich den pass fertig 27 und als belohnung gibt es für meinen helden ein buch der helden wunderbar so kann man es machen also wieder buch der helden hier drin und einen hammer vor allen dingen allerdings gönne ich dem hammer wenn ich dem king den hammer erst auf level 30 würde ich sagen also fünf level muss sich der kollege gedulden und er muss auch noch wie viel wie viel brauchen wir dafür 105.000 okay das sind wieder mehrere folgen die hier stoße jetzt noch mal mit einem gem an denn im moment haben wir noch den gem boost und dann kann ich mit der auch noch ein bisschen weiter machen ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen also so kann man es machen wenn ihr es anders macht mit gola loon ballons oder mit noch stärkeren truppen immer mal ein bisschen was dunkles einsetzen dann schreibt mir ruhig unten in die kommentare ich hoffe die folge hat euch mal gefallen auch das ende ist mal ein bisschen anders weil die folge mal ein bisschen länger wurde und durch intro und outro ziehe ich die noch künstlich in die länge ich hoffe das ist jetzt nicht ganz so schlimm und wir sehen uns mit weiteren videos in dieser woche bis dahin euer toto clasht